Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei Heisenberg Zockt. Das Spiel heisst Tränenfieber und es kommt aus der Schweiz, man glaubt es kaum. Ja, man glaubt es kaum, denn es ist das erste Spiel, das ich kenne, das mir irgendwie zusagt, was aus der Schweiz kommt. Also bekannt sind wir dafür offensichtlich nicht, gute Spiele herzustellen. Naja, wie auch immer. Gemacht wurde das Spiel von Urban Games aus Schaffhausen. Vorausgekommen ist es bei Astragon und das Ganze ist so, ja, eine Modelleisenbahn-Simulation würde ich bald sagen. So eine Mischung aus Transport-Tycoon und Industrie-Gigant. Das sind die zwei Spiele, die habe ich nächtelang gesuchtet. Ich habe die Teile geliebt, dieses Schienen verlegen, Signale stecken und und und. Ach, es ist einfach herrlich. Der GameStar gefällt das Spiel anscheinend auch, das hat 82% bekommen. Das ist relativ fett, vor allem für diese Art von Spiel würde ich mal meinen. Und ja, es läuft eigentlich als Wirtschaftssimulation, das sehe ich aber ein bisschen anders. Das ist eher Aufbaustrategie oder eben Modellbausimulation meinetwegen. Denn für ein Wirtschaftsstrategiespiel würde ich mal sagen, hat es schlicht und einfach zu wenig Tiefe. Denn man kann genau mal mit drei Gütern handeln und eigentlich steht das sowieso im Hintergrund. Im Vordergrund steht ganz klar der Modellbau oder warum sage ich immer Modellbau? Eigentlich kann man auch sagen, der Gleisbau steht ja nirgends geschrieben, dass das ein Modell sein muss. Nur es hat eben diesen Modellbau-Flair. Ja, okay, dann würde ich sagen, lasst uns mal anfangen. Also, neues Spiel. Oh, da steht noch mein alter Nickname, das löschen wir. Und schreiben den richtigen Namen rein. Heisenberg zickt. Ja, genau, Heisenberg zickt. Ne, Heisenberg zockt. So, habe ich es gleich. Schwierig mit dem Mikro im Weg. Okay, Weltgrösse. Machen wir mal Mittel. Denn, äh, klein ist definitiv zu klein. Da generiert sich nichts. Also, weder Geld noch irgendwie Verkehr noch sonst was. Ist zu schnell aufgebraucht. Und gross, da kriegt man Performance-Probleme. Das Spiel hatte sowieso zu Beginn grosse Performance-Schwierigkeiten. Das ist auch der Grund, warum ich das erst jetzt let's playe. Ich wollte es schon viel früher machen, nur ging nicht. Und auf den grossen Maps hat man das Problem eben nicht mehr noch, trotz den Patches, die es jetzt gegeben hat. Und die das Spiel durchaus sehr spielbar machen. Dann, Landschaftstyp machen wir mal flach. Denn, äh, wir haben schlicht und einfach nicht das Geld für Tunnels und Brücken am Anfang. Dann kommen wir auch nirgends hin. Die Schwierigkeit machen wir auch einfach. Denn, ja, Mittel und Schwierig, das sind Stufen, wo halt einfach auch die Gelder nicht fliessen. Das macht auch keinen Sinn, wenn man etwas Schönes bauen will. Startjahr 1850, das ist Standard. Dann beginnt das eigentlich mit Pferdekutschen und so weiter. Ich habe aber schon mal 2-3 Stunden gespielt, um mir das Ganze mal in Ruhe anzusehen. Und zu sehen, ob sich das überhaupt lohnt, um es zu let's playen. Und es lohnt sich, das kann ich schon mal sagen. Ich bin schlicht begeistert, aber was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, wir starten 1950. Ich habe das schon mal freigespielt. Und der Vorteil ist halt, man hat dann die ganzen modernen Bahnen. Das sieht einfach besser aus, wie da die Pferdekutschen, die bald noch von Hand gezogen werden, 1850. Und es kommen ab 1950 sowieso immer noch genug neue Sachen dazu. Also stellen wir das auch mal ein. Nicht nur erzählen, sondern auch machen. Gut, dann haben wir das ja soweit. Dann lasst uns doch beginnen. Füpp, füpp. So, da sind wir wieder. Ich musste einen kurzen Schnitt machen, denn wenn es hier mal eine neue Welt lädt, dann dauert das. Ging jetzt etwa 3 Minuten und das war natürlich nicht so interessant. So, aber jetzt sind wir hier auf unserer mittleren Karte. Hier sehen wir die Städte und die Gebiete und so weiter. Die Industrien. Ein kurzes Wort zu den Industrien. Im Moment gibt es einfach Holz, es gibt Kohle und Erz, das wird dann zu Eisen verarbeitet und es gibt Öl. Und es braucht dann immer diese zwei Bestandteile oder einen und daraus werden Waren gemacht. Das sieht man hier. Und die Waren, auch Güter genannt, die muss man dann in die Städte befördern und dadurch wachsen die Städte. So, oder man verbindet die Städte mit Bahnlinien oder Buslinien. Personenverkehr, das geht natürlich auch. Ich habe jetzt ganz einfach die Erfahrung gemacht, dass man mit Personenverkehr, vor allem mit Zügen, am Anfang überhaupt nichts verdient. Denn die Züge, die fahren dann erstmal trostlos leer hin und her. Das dauert eine Weile, bis sich da mal irgendeiner erbarmt, auch mal einen Zug von uns zu benutzen. Deswegen ist es schlicht und einfach besser, man fängt mit Industriegütern an und das noch mit Lastwagen. Das zahlt sich relativ schnell aus, habe ich festgestellt. So, dann machen wir das mal. Jetzt am meisten verdient man mit Stahl, habe ich festgestellt. Und dann gucken wir mal, wo es hier am besten irgendwie so eine Kombination gibt. Na hier, gibt es doch schon. Hier haben wir Eisenerz. Hier muss das Eisenerz hin und hier haben wir die Kohle. Und die Kohle, die muss auch hier hin. Und von hier geht es dann hier runter nach, wo sind wir denn hier, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Weitersburg, da geht es hin. Okay, dann machen wir das doch gleich mal. Also, bauen wir als erstes eine Haltestelle. Aber das nennt sich hier natürlich nicht Haltestelle, sondern LKW Ladeplatz. Der kommt hier beim Erz hin. Machen wir auf die andere Seite, damit wir das alles noch ausbauen können. Denn die Fabriken, die werden auch grösser im Laufe der Zeit. Jetzt habe ich sie dazu gemacht, sehr clever. So, auch auf die andere Seite. Genau, damit man es atmen kann. Dann haben wir hier die Kohle. Da kann man übrigens gehörig nah ran zoomen, das seht ihr hier. Das ist eben auch relativ cool, vor allem da mit den Zügen. Denn die Züge, die sind wirklich sehr schön modelliert. Muss man wirklich sagen, das sieht sagenhaft aus. Also, was wollte ich denn hier auch noch so ein Teil hinstellen? Genau, und dann wollen wir noch eins bei der Stadt. Damit hier die Waren abgeliefert werden können. Warum mache ich es denn jedes Mal zu? So, und zwar machen wir das mal hier. Dann haben die nicht so einen weiten Weg. Dann stehen jetzt schon mal die Bahnhöfe sozusagen. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch Fahrzeuge. Dafür brauchen wir ein Depot. Mache ich es wieder zu, natürlich. So, Strassenfahrzeugdepot. Das machen wir hier am besten in die Stadt oder zur Stadt hin. Denn hier wollen wir auch noch ein Bussystem dann etablieren. Jetzt stelle ich hier überhaupt mal das Spiel an. Das lief noch gar nicht. Da sieht man hier unten schon, wie sich die Sachen bewegen. Da fährt schon was und ist wieder weg. So, jetzt geht es vielleicht besser mit Gucken. Genau. Hier alleine schon die Fahrzeuge sind relativ schön gemacht. Es gibt natürlich mittlerweile schon hunderte von Mods für das Spiel. Es ist unglaublich, wie schnell das ging. Also, ich bin völlig überrascht. Das ist dann wie ein Kinderspielzeugladen. Man kann sich da neue Bahnen runterladen, neue Lokomotiven, neue Häuser und, und, und. Und ich spiele das jetzt mal zu Beginn zumindest, ohne gross Mods zu benutzen. Die einzige Mod, die ich habe, das seht ihr jetzt hier. Wenn wir hier ein Fahrzeug kaufen. Hier dieser Opel, das ist sowas, so sieht der Standard-Lastwagen aus. Und jetzt habe ich hier eine Mod geladen mit zusätzlichen Fahrzeugen, die einfach besser aussehen. Je nachdem, was man transportiert, so sieht dann halt der Lastwagen aus. So, und jetzt was brauchen wir denn? Öl wollen wir transportieren. Jetzt nehmen wir mal, wenn wir nicht gleich pleite gehen, nur je ein Fahrzeug pro Linie. Apropos Linie, genau, Linie müssen wir ja noch machen. Jetzt haben wir schon mal ein Fahrzeug gekauft, aber jetzt erstellen wir mal zuerst eine neue Linie. Und zwar, jetzt machen wir aber das Öl, wenn wir schon Öllastwagen gekauft haben. Das war hier hinten. Also, der soll hier hin. Und soll das Öl hier hinbringen. Genau, also Linie 1. Dann weisen wir das dem Fahrzeug mal zu. So, der soll Linie 1 benutzen. Und schon macht er das. So, sieht doch so schon cool aus. Und das ist noch nicht mal eine Eisenbahn. Der fährt jetzt da hoch und holt sich Öl. Wobei hier auch zu Beginn das Ganze auch so eingestellt ist, dass jetzt hier nicht gleich tonnweise Öl rumliegt, sondern das dauert immer eine Ecke. Der produziert immerhin schon 13 von 25, die er maximal produzieren kann. Und wenn er das erreicht hat und sieht, dass die Sachen abgeholt werden, dann vergrössert sich die Fabrik auch. Das sieht man hier unten. Vergrössern oder verkleinern. So, nächste Karre. Wir müssen noch Erz holen. Strassenfahrzeug kaufen. Womit können wir Erze transportieren? Der transportiert Güter. Güter. Eisenerz. So einen kaufen. Dann erstellen wir für den wieder die Linie. Das ist von hier hinten. Einmal Eisenerz. Muss hier hoch. Also, das war Linie 2. Da unten ist er. Der kleine Schelm. So, Linie 2. Können wir auch schnell gucken. Der fährt auch los. So, sehr schön. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass dann am Schluss, das eilt jetzt eigentlich gar nicht, aber bevor wir es vergessen. Deswegen mache ich es jeweils doch relativ schnell. Dass hier dann die Waren abgeholt werden. Die Güter vom Lastwagen. Und der soll sie dann hier runter bringen. Und dann werden die, dann kommen die hier in die Stadt rein. Wenn man das übrigens nicht selber macht, dann wird das von der KI transportiert. Und zwar zu Fuss. Das heisst, ja, die Güter werden so oder so transportiert. Zu Fuss heisst das. Was soll es sonst heissen? Und wir kommen an den Auftrag ran, wenn wir schneller sind. Und das sind wir mit diesen Lastwagen natürlich sowieso. Das Ganze hat einen Hintergrund, wenn man 1850 anfängt, dann mit den Pferdekutschen. Die sind natürlich nicht unbedingt viel schneller wie zu Fuss. Vor allem nicht, wenn es aufwärts geht. Und dann kann es auch mal sein, dass man die Linie nicht bekommt. Das sieht man hier. Linienbenutzung. Im Moment haben wir die Linie noch nicht. Das wird aber gleich umstellen. Im Moment wird es noch zu Fuss transportiert. Aber sobald hier die Fabrik merkt, das geht schneller mit uns, dann wechselt die zu uns. Und das ist überall so. Bei jeder Industrie. So, dann hätten wir das. Ne, haben wir nicht. Denn wir haben ja das noch nicht gemacht. Wir brauchen noch einen Gütertransport. Den kaufen wir mal. Dann müssen wir dem noch die Linie erstellen. Das würde natürlich auch in einen Guss gehen. Das ist zum Beispiel der. Der Erz. Ja, wisst ihr was? Das machen wir doch anders. Achso, ne. Das geht nicht, weil der kann keine Güter laden. Ich dachte gerade, dass der Erztransporter hier Waren lädt. Und die hier runterbringt, weil er sowieso noch hier hinten muss nachher. Aber das geht natürlich nicht. Das ist ja ein Teil, das nur Erz transportieren kann. Somit passt das. Also müssen wir doch noch einmal eine neue Linie erstellen. Wusste ich es doch. Also, und diese Linie, die holt hier Güter. Kleiner Nachladeeffekt. Ruckler. Und bringt die hier hin. Also das ist Linie 3. Weisen wir das mal zu. Und auch der fährt los. So. Sind eh schön gemacht. Eben, das ist halt Mord. Von der Mord, wie gesagt. Aber es sieht auch sonst schön aus. Also die Züge, die sind teilweise ganz. Das ist ganz genial. Was jetzt noch neu gegeben hat hier in den letzten paar Tagen ist, dass es Bahnübergänge gibt. Ganz geil. So etwas liebe ich. Wenn man hier eine Bahnlinie rüber zieht, gibt es einen Bahnübergang. Kann man auswählen. Kreuzbahnübergang oder mit Schranke. Und sogar die Lampen blinken da. Da gehen natürlich die Schranke runter. Die Fahrzeuge warten. Und der Zug rauscht durch. Es sieht phänomenal aus. Kann ich euch schon mal versprechen. Und wo wir es gerade von Mords hatten. Es gibt noch eine Wintermod, wo dann alles unterm Schnee begraben ist, sozusagen. Und die sieht auch fantastisch aus. Die werde ich demnächst dann mal noch starten. Ich wollte jetzt erstmal das Grundgerüst sozusagen in der Vanilla Version zeigen. Und das habe ich ja jetzt soweit hier schon mal angefangen. Was wir jetzt noch machen ist, wir ziehen unsere erste Bahnlinie. Das können wir uns jetzt noch. Und zwar hier von Weitersburg. Das ist sehr relativ gross. Oje, oje. Aber alles weit weg sehe ich gerade. Da haben wir das Geld gar nicht. Also von hier nach hier, das ist schon viel zu weit. Für den Anfang. Und von hier hier rauf. Das könnte uns auch schon bald ruinieren. Ist natürlich schlecht. Aber wir müssen ja den Zug jetzt auch nicht unbedingt hier hinten in Weitersburg machen. Wir können uns auch zwei Städtchen suchen, die ein bisschen näher zusammen liegen. Die hier, naja. Die ist auch ganz alleine. Sagen wir, hat es hier keine Nachbarn. Das ist alles relativ weit weg, sehe ich. Hier oben auch. Hm. Die beiden. Aber da ist wieder ein Fluss im Weg. Das ist natürlich auch nicht ideal. Da müssen wir wieder eine Brücke bauen. Aber jetzt habe ich schon versprochen, dass wir das noch machen. Dann machen wir das auch noch. Dann müssen wir nur ein vernünftiges Kaff finden. Aber es ist tatsächlich nichts wirklich so nahe beieinander, dass man jetzt sagen müsste, es schreit danach mit dem Zug verbunden zu werden. Ich kann hier mal die Höhenlinien noch einstellen. Dann sehen wir, wenn wir hier eine Bahnlinie ziehen, hier rüber, dann wird es hier eng. Dann haben wir hier Erhöhungen. Das wird schon teuer. Aber wir können vielleicht parallel zur Strasse. Dann kommen wir hier hin. Okay. Ich habe mich soeben selber überzeugt. Machen wir das hier. Dann machen wir hier die Landnutzung an. Dann sehen wir grün Wohnhäuser, blaue Industrie, rot Geschäftsgebäude, gelb Freizeit. Okay. Die Bahnlinie ist eigentlich... Oh, gibt es etwas Neues? Ja, einen neuen Bus. Die Bahnlinie ist eigentlich wahrscheinlich egal, wo man sich hinstellt. Ich stelle sie trotzdem am liebsten hier irgendwie zu den Wohnhäusern. Ich weiss auch nicht, warum. Mache ich einfach am liebsten. Macht irgendwie am meisten Sinn. Jetzt sehe ich hier, ist auch ein Hügel. Sehe ich das richtig? Ne, das ist kein Hügel. Das ist eine andere Farbe. Okay. Dann kommt der Bahnhof hier hin. Einmal Bahnhof, bitte. So, ein Bahnhof, ein Bahnhof. Da hätten wir einen. Und zwar eingleisig. Für Personen, das passt. Legen wir den mal hier hin. Das ist zwar hier irgendwie... Das sieht aus, als wäre das auch schon relativ uneben, das Ganze. Man kann den natürlich jetzt hier hin machen. Wir könnten ihn auch hier hin machen. Dann kann man ihn mit N oder M noch drehen. Nur, wenn der so weit weg ist, dann kommt hier gar nie einer, der mal mitfahren will. Also stellen wir den mal so hin. Jetzt ja, das ist tatsächlich eine richtige Grube da geworden. Okay, soviel zum Thema hügelig. Dann gehe ich aber hier mit der Strecke nicht hier rüber. Das ist noch hügeliger. Das können wir uns beim besten Willen nicht leisten. Da müssen wir außen rum. Hier würde ich mal sagen. Hier müsste das gehen. Ist hier sonst noch was gewaltig hügelig? Nein, wenn wir hier außen rum gehen. Hier ist noch ein Hügel. Okay. Dann lasst uns Gleise bauen. Und zwar mit der Oberleitung. Die normalen Gleise. Nicht die Hochgeschwindigkeitsgleise. Sondern die ganz normalen. So ein bisschen in die Richtung. Hier gibt es schon mal einen Bahnübergang. Den ersten können wir uns gleich mal ansehen. Ist schon cool gemacht hier. Das bimmelt dann rot. Also das bimmelt nicht rot. Das leuchtet rot. Die Schranken gehen natürlich runter. Und die Autos warten dazu gerade ab vorbei. Sieht einfach wirklich gut aus. So, weiter geht's. Hier muss der auch schon ein bisschen graben. Hier wollen wir ein bisschen eine grössere Kurve machen. Damit er die Höchstgeschwindigkeit beibehalten kann. Die 120. Jetzt können wir wieder mal ein Stückchen gerade gehen. So, mal gucken. Nach da hinten wollen wir. Dann müssen wir jetzt langsam eine Kurve machen. Ne, wollen wir noch nicht. Denn hier ist es auch hügelig. Wir wollen noch ein bisschen geradeaus. So, noch ein bisschen. Und jetzt ziehen wir rüber. Hier über die Strasse natürlich. Vielleicht noch ein bisschen grösser. Wegen dem Tempo. Geht nicht. Naja, 107 ist auch nicht so schlecht. Jetzt habe ich vergessen den Bahnübergang zu machen. Dann stehen hier einfach die Kreuzbahnhöfe. Kann ich aber anklicken. Und da kann ich auswählen. weiter mit dem Geleise. Noch ein bisschen zumindest. Ne, nicht hoch. Eins runter. Ne, auch nicht. Das passt so. Gut, dann haben wir es mehr oder weniger ebenerdig. Und jetzt machen wir mal den zweiten Bahnhof. Damit wir genau wissen, wo wir hinwollen. Wo war der? Der war hier. Wo stellen wir den am besten hin? Dass wir hier eine gerade Verbindung hinkriegen. So, fürchterliches Rumgeruder. Entschuldigung. Ich würde mal sagen, so wäre der nicht schlecht. Dann kann man da noch eine kleine Kurve machen. Den machen wir aber ein bisschen entfernt. So. Den müssen wir dann noch mit Strasse verbinden. Das passt. Strasse haben wir hier. Mal gucken, ob wir das vielleicht auch noch schön verbinden können. Das können wir, sehr schön. Dann ist der ja richtig gut angebunden. Der Flughafen, hätte ich mal gesagt. Der Bahnhof. So. Linie haben wir. Passt. Dann können wir die Linie. Sozusagen zufügen. Und zwar geht das von hier. Moment. Jetzt von hier nach hier. Sehr schön. Und jetzt machen wir noch ein Zugdepot. Wie bei den Fahrzeugen. Also den Lastwagen. Und das würde ich sagen, machen wir hier. Und da wir früher oder später hier, wenn wir ausbauen, in die Richtung bauen, machen wir das Depot in die andere Richtung, damit das nicht im Weg ist. Dazu müssen wir wieder ein bisschen entfernt, damit da Platz ist. Damit man da noch, wie gesagt, ausbauen kann. Ein bisschen rüber. Ein bisschen gerade. Und dann mal das Depot hin. So. Und das ist auch aus einer Mod hier. Diese Depots. Die sind einfach teurer. Das kann man später dann machen. Hier die Drehscheiben und so weiter. Sieht natürlich klasse aus. Und das hier ist das ursprüngliche Zugdepot. Das nehmen wir mal. Das kostet nämlich am wenigsten. Was wir jetzt noch machen, ist ein Geleise in die andere Richtung legen. Damit das Depot von beiden Seiten aus erreichbar ist. Das ist nicht ganz unfrickelig. Sieht man schon. Das will nicht wirklich. Müssen wir es von der anderen Richtung her machen. So. Hier erstmal das Parallelgleis. Und dann legen wir es rein. Das hat gepasst. Und jetzt kann man das Depot aus beiden Richtungen erreichen. So. Zukaufen. Was haben wir denn schönes im Moment? Hier haben wir das Teil. Das macht 100. Das Krokodil ist natürlich langsamer. Das ist für Güter eher gedacht. 125 nehmen wir mal die Lok. Die RE44. Dazu noch Personenwagen. Und zwar 1, 2. Der dritte geht genau nicht mehr. Hab es vermutet. Kein Geld mehr. Dann nehmen wir mal einen kleinen Kredit auf. Hier bei den Firmenfinanzen. Und dann können wir den nämlich auch noch kaufen. So. Und dem weisen wir jetzt die Linie zu. Die Linie 4. Und sobald wir hier auf Start gehen. fährt er los. Und das ist einfach schön gemacht. So detailliert. Und einfach klasse. Da geht einem alten Eisenbahn-Fan einfach das Herz auf. Wir können mal noch mitfahren. Und jetzt fährt er hier zum ersten Mal in den Bahnhof ein. Aber hier ist das gleiche wie bei den Gütern. Hier ist natürlich noch kein Mensch am Bahnhof. Also der fährt jetzt erst 2-3 Mal leer herum. Denn auch hier hinten wird der Bahnhof noch ein ganzes Stückchen leer sein. Was wir hier noch machen müssen ist dann Buslinien in der Stadt bauen. Damit die Leute hier zum Bahnhof kommen innerhalb nützlicher Frist. Nennen wir es mal so. Jetzt fährt er schon wieder zurück. Der gute Zug. Ja, das war jetzt schon fast eine kleine Mammut-Folge. Aber ich dachte mir, für den Anfang kann es nicht schaden, wenn man das mal ein bisschen besser erklärt. So richtig spielen können wir ab der nächsten Folge. Jetzt haben wir die erste Zugverbindung. Und wir haben Busse. Und gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen Leute. Bis dann. Wusch. Tschüss. Wusch.